Hallo, wir waren heute im Lindt-Geschäft und haben diese Hauch dünnen Käfelchen gekauft. So kleine Hauch dünne Fokoladen-Tafelchen. Vollmilch, Karamell und Salz. Also Vollmilch mit Salz-Karamell. Das hört sich interessant aus. Ich würde es gerne probieren. So sehen die aus. Das ist ja dünn wie so kleine Blättchen halt. Wir haben hier geblatt. Keine Ahnung. So guck mal, ich hab jetzt frisch gebraucht. Sehr dünn. Was soll das Salz-Karamell sein? Wow. Oh, das ist wirklich ein Salz-Karamell. Weg. Ja, wow. Sehr lecker. Ah, ha, ha, ha. Bis zum Taufi. Taufi. Nene, Taufi, Bonbon. Also Karamell. aber mit schokolade das ist sehr lecker aber interessant dass das wird auch noch nur mit fein mit schokolade oder nur mit dunkler dunkel auch mit karamell weiß ich nicht also sehr lecker ich lasse auf die zunge schmeißen kein traum ich liebe es sehr lecker so sieht die aus vielen lieben dank lieber sarah was ist ein genuss sehr lecker schmeckt etwas etwas minimal samt sich minimal aber mit karamell mit karamell kombiniert es gibt aber es schmeckt halt nach karamell ja 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 steht ja voll mich karamell und salz schokolade doch also steht karamell auch sehr lecker vor allem richtig dünn aber voll aromatisch sehr so liebe sarah viele liebe dank dass sie hier zugeschaut hat und wir sehen uns im nächsten video tschüss